Und jetzt springen wir hoch. Ich will mal sehen, ob du an die Decke kommst. Nicht schlecht, muss noch ein bisschen üben. Versuch's nochmal. Er ist zu hoch. Na ja. Ja. Du bist sowas wie ein Artist, hä? Ich wollte damit nur zeigen, dass die mich hier nicht festhalten können. Was die können, ist mich am Arsch lecken. Knast existiert für mich nicht. Die zieh ich mir rein, okay? Ja. 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 So, jetzt pass auf, nach genau zehn Schritten wird ja direkt über uns sein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und los jetzt! Als jetzt, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, sechs, sieben, acht, neun! Halt! Stehen bleiben! Halten Sie Männer auf, das sind Schriefflinge, die es lohnt sind! Fahren Sie uns bitte nach Tissi, aber schnell. Nach Tissi? Das sind ja fast 20 Kilometer. Wissen Sie, ich fahre normalerweise nur in der Stadt. Das finde ich auch bemerkenswert braver. Und nun fahren wir. Es gibt ja auch wahres dafür. Aber ja, das tue ich ja. Er fährt zu langsam. Mensch, nun geben Sie doch mal ein bisschen Gas. Wir haben es eilig. Scheuch die Schleuder. Ist mir schlecht. Ja, was haben Sie denn? Sie sind ja nicht gut. Mensch, kümmern Sie sich nicht um mich. Sie sollen nur fahren. Eine Menge Bullen heute unterwegs, was? Ist dann irgendwas passiert? Na, vielleicht sind ein paar getürmt aus dem Gefängnis. Er hat ja ein Gesicht zum Eierabschrecken. Richtig, Bruder, aber eine schöne Stimme hat er. Was ist denn jetzt? Warum hält denn das Phantom? Warum halten Sie? Na, weil ich keinen Sprit mehr habe, Mensch. Ausgerechnet hier? Na, wo denn sonst? Wenn mein Tank leer ist, kann ich nicht weiterfahren. Dauert ja auch nicht lange. Ey, Pino, sag mal. Ja, ja, ich bin gleich fertig. Dann komme ich zu dir. Los, Haus, Turm! Mensch, dann schön hoch, was? Ja, sieht ganz sicher aus. Das ist mein Dorf. Aber verflucht kalt hier. Lieber ein kaltes und warmer Knast. Ach, du bist es. Ja, ich. Grüß dich, Segeloer. Fliegst heute wieder selbst, ja? Warst du nicht im Gefängnis? Freigänger. Ich kann heute raus. Den Freigang hast du dir genommen, oder wie? Genommen. Aber... Sie bestätigen also, dass Giuseppe Bedetto noch am Leben war, als Sie Ihre Kameraden verlassen haben. Ich hoffe für Sie, dass das stimmt. Sollte das aber nicht der Wahrheit entsprechen, sollten Sie ihn getötet haben, so würde das Ihre Position im Prozess erheblich verschlechtern. Als ich weg bin, war er noch am Leben. Könnten Sie das beschwören? Sicher, seine Familie kann sich bei mir bedanken, dass er überhaupt noch lebt. Meine Kameraden sind ziemlich harte Burschen. Die waren ein paar Mal rauf und ran, ihn umzulegen. Aber ich konnte das verhindern. Würden Sie für uns mit Ihren ehemaligen Kumpels mal reden? Ich meine, hören die überhaupt noch auf Sie? Ja, na sicher. Immerhin bin ich der Boss. Noch tun die, was ich von ihnen verlange. Das war so und bleibt so. So, fangen Sie an. Hier spricht Graziano Cassita. Ich wurde gefangen genommen. Gestern Nacht bin ich in eine Falle gegangen. Man hat auch eine Menge Beweise bei mir gefunden. Beweise, die ihr mir mitgegeben habt. Für die Familie von Bedetto. Und zwar waren das seine Uhr und ein Brief. Hört zu, Freunde, ich bitte euch. Ich, Graziano, lasst ihn zu seiner Familie zurückkehren. Tut mir diesen letzten Gefallen und lasst ihn am Leben. Tötet ihn nicht. Lasst ihn frei. Euren Namen werde ich niemals verraten. Ich bitte euch. Es ist mein letzter Wunsch, den ich an euch stelle. Und Sie glauben, das hilft mir jetzt weiter, ja? Wir werden Sie... Beantworten Sie mir eine Frage. Warum haben Sie ihn entführt? Er ist ein Arbeiter ohne Geld. Stimmt das, dass die Regierung Ihnen über 200.000 Dollar geboten hat, wenn Sie sich freiwillig stellen? Ist das richtig? Können Sie das bestätigen? Nein, das stimmt nicht ganz. Denn man hat mir sogar noch eine ganze Menge mehr angeboten. Das sind 350 Millionen für Graziano-Casita-Leben. Hatten Sie Auftraggeber? Ich meine Menschen, die hinter Ihnen stehen. Wer waren die Leute im Hintergrund? Ja, schellen Sie mal was über den Auftraggeber. Es gab doch bestimmt welche. Es kann doch nicht auf Ihrem Mist gewachsen sein. Das ist ja roh. Denkst du, so ein Schaf hat gar gekochte Eingeweide oder soll mir ein kleines Grillfeuer machen für die Bullen? Jan, wie eine Jungfer beim ersten Schubs und du willst bei der Fremdenlegion gewesen sein? Hör zu. Ich, ähm... Ich hab dir das schon längst mal sagen wollen. Ich hab nämlich was für die Revolution übrig. So was kannst du hier täglich haben, eine Revolution. Nur nicht, wenn du dich aufhörst wie eine Zicke im Milcheimer. Dann wirst du nicht mal den Anfang einer Revolution mitkriegen. Also friss das oder du wirfst bald keinen Schatten mehr. Frisches Regenwasser. Du musst dich einfach aus der Natur ernähren können. Dann kann dir nicht viel passieren. Sieh es als Überlebenstraining. Papierst du das? Ein bisschen unterzählen Sie uns was ganz rumgezogen. Ja gut, ich verstehe schon. Also, äh... Ich sag's nochmal. Ich war nie ein Verbrecher. Ich verteidige mich dagegen, ausgenutzt zu werden. Das ist was ganz anderes. Zeigen Sie uns, wie Sie eine Handkarnate werfen. Na so. Ausgezeichnet. Sie werden mich sowieso nie kriegen. Auch nicht, wenn Sie die gesamte italienische Armee gegen mich einsetzen. Die sollen ruhig kommen mit ihren Kanonen und ihren Flugzeugen. Ich werd Sie schon empfangen mit den richtigen Eiern. Mach nur ein paar Profile. Bin schon bei. Schreibt es in euren Zeitungen. Ich bin der König der Barbagia. Kein Mensch wird mich jemals in eine Falle locken können, weil das einfache Volk zu mir hält. Ich bin der Wohltäter der Armen, der Hungrigen. Sicher, den Reich nehme ich das Geld weg, aber nur denen, die genug haben... Geh mal da raus. Mach mal die Knarre hoch. Na, wie sieht das aus? Klasse! Wisst ihr auch, dass mir eine Menge Weiber schreiben? Was schreiben die denn so? Haben die Papriete hier? Sicher, die letzten zwei. Auch ein paar Fotos dabei? Sicher, schicken die auch Bilder. Dutzende. Die scheinen ein heißer Hecht für die Weiber zu sein. Zeig mal ein paar. Sehr schön. Hört sich direkt nach vorne, ja? Hier, eine ganze Tüte voll Wunderblau. Auf Graziano Casita stehen Sie nun mal. Spricht für einen guten Geschmack, ne? Sehen die auch wirklich niedlich aus, die Mädels. Ja, hier sind Sie nur auf dem Papier. In Fleisch wären Sie mehr Leber. Wie meinen Sie das? Eine sollte sich mal rüberwachsen lassen. Oh, Herr, du Strolch! Ich bin nicht mehr der kleine Eierdieb, der ich mal war. Ich hab das Volk hinter mir. Wenn ich heute eine Partei gründen würde, würde ich vielleicht bei euch in der Regierung sitzen. Beziehst du dich, äh, vielleicht hierauf? Unter anderem auch darauf. Aber vergiss nicht, jeder Mensch ist ersetzbar. Wenn Antonio Masala noch leben würde, könnte er dir das ganz bestimmt bestätigen. Wenn ihr Schreibtisch-Henkste glaubt, ihr könnt mir drohen, dann habt ihr euch absolut geschnitten. Versucht mich zu erpressen und ich jage euch durch die Berge, bis euch die Socken bluten und schreibt euch das hinter die Löffel. Verstanden? Es ist besser für euch und vor allem gesünder, wenn wir Freunde bleiben wollen. Es gibt hier einen lieben Gott und das bin ich. Bist du schon lange hier? Einen Monat. Und weshalb? Unerlaubte Autobenutzung. Was denn, die nieten dich schon ein, wenn du mal ein bisschen Auto fährst? Du hast nicht direkt. Ich hab mir die Kutsche geliehen. Nur der Richter dachte anders darüber. Du bist nicht von hier, oder? Wo kommst du her? Ich bin Spanier. Ach, sag mal an. Deshalb kommst du mir so spanisch vor. Ich bin aus Madrid. Na, sieh mal an. Also ein Städter.